Na, wie geht's? Beschissen. Beschissen, warum? Weil ich früher nie wusste, wie ich auf diese Frage antworten soll. Eigentlich geht's mir ganz gut. Heute. Aber früher hatte ich keine Ahnung, was ich denn jetzt interessantes, anziehendes, charmantes, charismatisches antworten soll. Ich wollte nicht so sein wie alle anderen und einfach nur sagen, gut. Aber irgendwie kam trotzdem nur das Gut raus, auch wenn es nicht authentisch war. Aber in dieser Folge, mein Lieber, wollen wir dir aber etwas viel Cooleres mitgeben. Ja, wir wollen dir nämlich einen Leitfaden mitgeben, wie du jedes Gespräch ganz natürlich in die Tiefe lenkst. Denn wenn du ein ähnlich tickender Mensch bist wie meiner einer oder wie die meisten unserer Kunden bei uns im Coaching, dann hast du keinen Bock auf Smalltalk. Dann möchtest du höchstwahrscheinlich auch, so wie du, Dominik, wahrscheinlich auch, einfach das Gespräch in die Tiefe gehen lassen. Sodass du den Menschen vor dir wirklich kennenlernen kannst und eine tiefe Verbindung aufbauen kannst. Und das ist, was wir dir heute beibringen. Sodass du nie wieder, wenn die Frage kommt, wie geht's, ganz verlegen antworten musst oder irgendeine kurze, saloppe Antwort raushauen musst. Sondern direkt einen Einstieg hast in die Tiefe, wo ihr beide von profitieren könnt. Und wo du, wenn es eine Frau ist, auch ihre Seele kennenlernen wirst. Also, herzlich willkommen im Freundinnen für den Podcast. Lass uns loslegen. Wenn wir jemanden kennenlernen möchten und dort wirklich in die Tiefe gehen wollen, sodass es auch ein angenehmes Gespräch ist, bei dem der andere sich wohlfühlt und ihr gemeinsam eine komplett andere Ebene der Vertrautheit erlangen könnt, dann ist eine Frage, ein Wort vielmehr, der wichtigste Weg, um in die Tiefe zu gehen. Quasi deine Eintrittskarte in seine oder ihre Persönlichkeit, in ihre Seele. Weißt du, was dieses Wort ist? Dominik weiß es, oder? Ich weiß es. Soll ich es dir sagen? Ja, was ist denn das Wort? Also es ist ein fünfbuchsterbiges Wort und diese Fragen, die wir dann oft stellen, beginnen mit einem W. Und die beste Frage ist wahrscheinlich, warum? Warum ist die Frage, mit der wir in die Tiefe kommen? Stell dir das Ganze einmal so vor. Jedes Mal, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann hat er Regeln, die er in seinem Unterbewusstsein aktiv hält, wie zum Beispiel, sei nicht langweilig, nerv den anderen nicht, wenn du es schaffst, sei irgendwie interessant, oje, oje, wie sehe ich gerade aus, ist das peinlich, was ich mache und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben alle diese Filtermechanismen im Kopf. Manche stärker, manche weniger stark. Was tun wir also, wenn wir uns mit jemandem unterhalten wollen und dort diese ganzen Fassaden überkommen wollen? Also einen schöneren Weg zum Kennenlernen finden möchten, ohne dass wir uns beide mit diesen Masken, die wir aufhaben, voreinander verstellen und nicht wirklich in die Tiefe gehen aus falscher Höflichkeit oder aus falschem Respekt oder weil wir einfach Angst haben, uns selber zu öffnen. Und was wir tun, ist, dass wir in erster Linie diese Anzeichen dafür, dass jemand wirklich mit dir in die Tiefe gehen möchte, entlarven. Ganz positiv, das ist ein angenehmer Prozess, weil ich gehe davon aus, und davon solltest du auch ausgehen, dass die Menschen, mit denen du verkehren möchtest, dass die Frauen, auf die du stehst, dass das Menschen sind, die ebenfalls gerne eine tiefe Verbindung erleben wollen, die keine Lust haben auf irgendwelche oberflächlichen Bekanntschaften, von denen es tausend gibt, die alle gleich sind. Die Frau, an der du Interesse hast, von der solltest du auch ausgehen, dass sie genauso wie du Interesse an einer tiefen Verbindung hat. Wenn sie aber genauso wie du und wie alle Menschen diese ganzen Autopilot-Programme im Kopf hat, dann sei nicht langweilig, oje, oje, mache ich gerade einen Fehler, halte dich kurz, du willst den anderen nicht zur Last fallen und so weiter und so fort. Wenn ich dir eine Frage stelle, dann sind diese Programme aktiv. Und wenn du ihr eine Frage stellst, dann werden auch diese Programme aktiv sein. Das heißt, wir wollen auf die Hinweise achten, die sie dir gibt, oder er, wem auch immer du in die Tiefe gehen möchtest, dafür, dass sie eigentlich viel lieber gerne mit dir über dieses Thema in der Tiefe sprechen möchten, und zwar ein Thema, was ihre Persönlichkeit angeht oder ihre Werte oder Emotionen, die sie stark fühlt oder irgendwann mal gefühlt hat oder fühlen möchte. Das sind die drei einzigen Dinge, auf die wir wirklich in die Tiefe gehen wollen. Ihre Persönlichkeit, ihre Werte, ihre Emotionen. Und worauf wir achten, um dort in die Tiefe zu gehen, das ist gerade ein mega krasser Exkurs, den ich euch gebe, weil das ist alles eigentlich Coaching-Inhalt von uns in der Seduction-Mastery, dass ich euch jetzt einfach mal hier ein bisschen gebe. Ihr kommt jetzt natürlich nicht in den Genuss, dass wir das Ganze auch üben, denn im Coaching üben wir das tatsächlich auch jede Woche mehrmals. Und das werdet ihr jetzt nicht mit mir machen können, aber ihr könnt das für euch in euren Gesprächen einfach mal ausprobieren. So, und was ist das? Das ist, dass wir auf Schlüsselworte achten. Schlüsselworte sind Momente oder Worte, die eine Einladung darstellen. Also eine Einladung in die Tiefe. Ja, du kannst dir das so vorstellen. Wenn, Dominik, wie, ich mache einfach mal spontan, das ist nicht einstudiert, ich stelle dem Dominik einfach mal eine kurze Frage. Dominik, wie war deine letzte Woche? Wir haben uns noch nie vorher gesehen, das ist nicht einstudiert. Ich kenne ihn, ich kenne ihn gar nicht. Wer sind Sie? Nein. Dominik, wie war deine letzte Woche? Sehr schön. Ja, was waren so Sachen, die dir gefallen haben? Ich habe sehr viele Fortschritte in meinen Zielen gemacht, habe mir gewisse Ziele erreicht, mir gewisse Dinge manifestiert, die eingetroffen sind und hatte dadurch einfach eine sehr schöne Zeit. Cool, Dankeschön. So, anhand von dieser Antwort haben wir schon mal zwei oder drei Schlüsselworte, auf die wir weiter eingehen könnten. Einmal darfst du raten, welche Schlüsselworte waren das? Einmal Ziele, zweitens manifestiert und drittens schön. Ja, und zu jedem dieser Schlüsselwörter könnten wir jetzt weiter in die Tiefe gehen, weil ich habe den Dominik jetzt nicht gesehen, als er das gesagt hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du wahrscheinlich gelächelt hast bei einem oder allen dreien von diesen Worten. Du weißt wahrscheinlich selber nicht. Ich bin sehr darauf konzentriert, böse zu schauen. Ja, aber das sind diese Momente, über die, wenn ich dich jetzt fragen würde, ich könnte dich zum Beispiel fragen, oh, was war denn so schön daran? Dann würdest du jetzt anfangen, mehr zu erzählen und würde es wahrscheinlich noch viel mehr in die Tiefe gehen. Wenn ich sage, krass, was für Ziele hattest du denn? Oder welche Ziele hast du denn? Dann würdest du wahrscheinlich ebenfalls loslegen. Das können wir gerade mal machen. Welche Ziele hast du denn? Oder hattest du letzte Woche? Ein großes Ziel, was ich mir so hergeleitet habe oder was ich erreicht habe, hatte was mit meinem YouTube-Kanal zu tun und damit auch mit meinem Ausblick auf den Weg, auf den ich gehe, ohne gerade zu viele Details zu nennen. Aber das war ein Ziel, was ich erreicht habe. Ich habe mit einem Video einen gewissen Subscriber-Account erreicht und das war direkt mein Ziel oder beziehungsweise es hat sich über die folgenden Tage dann sogar noch verdoppelt. Und das war etwas, was ich halt, bevor ich das Video geplant habe, mir als großes Ziel aufgeschrieben habe und ich habe es dadurch einfach übertroffen. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Ja. Cool. Das waren sehr schöne Momente, da immer wieder mal die Analytics zu aktualisieren und dann zu sehen, what the fuck, nice. Also, sehr interessant. Wir könnten da direkt weiter in die Tiefe gehen. Habt ihr noch weitere Schlüsselwörter jetzt gehört? Wie Dominik gerade genannt hat? Wenn nicht, dann spul nochmal zurück. Hör du die Stelle nochmal an. Da waren einige dabei. Eins, worauf ich jetzt persönlich, weil es mich einfach interessiert, weil mich die persönliche Entwicklung von jedem Menschen einfach begeistert, deswegen ist das unser Job, deswegen helfen wir Männern dabei, wäre das Wort Weg, mein Weg. Das hast du vorhin genannt. Mein Weg, den ich bestreite. Jetzt würde ich zum Beispiel nachfragen, wow, was ist denn der Weg? Was meinst du mit meinem Weg? Eine persönlichere Frage gibt es nicht. Damit bist du direkt, also innerhalb von zwei Schritten, wie war deine letzte Woche, was ist denn dein persönlicher Weg? Boom. Und schon sind wir bei seiner Lebensvision und bei etwas, was ihn wirklich in seiner Persönlichkeit begeistert, wo Werte und Emotionen, ganz starke Emotionen drin stecken. So geht es in die Tiefe. Andere Schlüsselwörter, die ihr gerade genannt habt, war verdoppelt, interessanterweise. Als es um die Analytics ging und die Viewerzahlen verdoppelt, ich so, verdoppelt einfach so? Könnte ich genauso nachfragen. Weil da, verdoppelt hört sich jetzt nicht so an wie ein Schlüsselwort, was heißt das denn? Aber da war eine Emotion bei Dominik. Ich habe es ja gehört. Er hat gelächelt beim Wort verdoppelt. Das hat ihn richtig gefreut. So, da steckt eine Emotion dabei. Da möchte ich natürlich noch mehr darüber erfahren. Ich möchte noch mehr über diese Emotionen erfahren, wie sie kommt, wie sie sich zusammensetzt, wieso er sich so freut. Und natürlich im besten Falle, dass er sich auch weiter freuen kann, weil ich möchte ja, dass die Menschen, mit denen ich zu tun haben möchte, dass sie sich freuen, dass sie positive Gefühle haben. Also, kann ich dort in die Tiefe gehen. Es gibt also massig Wege, in die Tiefe zu gehen, wenn du auf Schlüsselwörter oder Schlüsselmomente achtest und sie dort nutzt, um mit W-Fragen in die Tiefe zu gehen. Denk dran, W-Fragen sind der Weg in die Tiefe und Schlüsselmomente, Schlüsselwörter sind quasi Einladungen in die Tiefe. Wenn du sie hörst, dann geh rein. Jetzt gibt es da ganz viele weitere Regeln, die wir uns selber machen in unserem Kopf, dass du das trotzdem nicht darfst, dass es unhöflich sei und so weiter und so fort. Das ist alles Coaching. Deswegen haben wir auch ein Coaching, was nicht kürzer als drei Monate geht, weil wir dort ja wirklich an Gewohnheiten arbeiten, die deine Persönlichkeit betreffen. Es geht ja hier um Persönlichkeitsentwicklung. Du wirst im Coaching bei uns zu einem anderen Mann. Du kannst nicht mit denselben Gewohnheiten, mit denselben Gepflogenheiten ein anderes Ergebnis erwarten. Wir sind, so wie wir jetzt schon sind, vollkommen genug für die Welt. Wenn du Gutes in der Welt haben möchtest, Gutes in der Welt verbreiten möchtest, wenn du ein Geschenk für Frauen sein willst, dann bist du das auch schon. Die Frage ist nur, wie kannst du ein effektives Geschenk für die Welt sein? Also wie kannst du auch das, was du schenken möchtest, deine Persönlichkeit, dein Charisma, deine Liebe, wie kannst du das auch effektiv beschenken? Wie kann das auch ankommen? Das heißt, du musst lernen, wie Frauen kommunizieren, wie Beziehungsdynamiken funktionieren, wie Anziehung funktioniert. All diese Dinge, die wir dir beibringen bei uns im Coaching, sodass du auch der Mann sein kannst, der du immer sein wolltest, mit der Frau an deiner Seite, die du immer haben wolltest. Und das ist ein Prozess, der geht mehrere Monate. Wenn es dich interessiert, wie wir diesen Weg beschreiten, dann reden wir einfach mal unverbindlich miteinander in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Den Link findest du in der Beschreibung www.flirtanalyse.de und mit all diesen Techniken, die du dort lernst, wirst du innerhalb von wenigen Wochen schon richtig krasse Erfahrungen machen. Ich denke da zum Beispiel an den Simon, der bei uns vor, das ist jetzt schon ein Jahr her, was er erlebt hat, ist aber eine richtig krasse Story. Ja, dazu später mehr, wenn ich mich daran erinnere, weil ich möchte jetzt noch weiter erzählen, was wir jetzt hier in dieser Tiefe machen, wenn du mit jemandem sprichst. Also, erinnere mich vielleicht nachher dran nochmal, Dominik, die Story von Simon ist nämlich richtig, richtig krass. Die ist extrem krass. Okay, also, Einladung in die Tiefe und Wege in die Tiefe. Das ist, worauf wir achten und das ist, wie wir in die Tiefe gehen. Stell dir das Ganze so vor. Wenn ein Mensch dir etwas erzählt, dann zeigt er dir sein Haus. Er zeigt dir seine Persönlichkeit, seine Werte, seine Emotionen und das ist alles erst mal nur die Fassade des Hauses. Er zeigt dir, während Dominik so erzählt hat von seiner letzten Woche, die Worte, die er gewählt hat, die Intonierung in seiner Stimme, all das zeigt, wo er so das Haus sieht, das er für sich geschaffen hat. Seine Persönlichkeit. Die Einladung, also die Einladung, dass du ins Haus eintreten darfst, sind diese Schlüsselwörter. Das heißt, jedes Mal, wenn er gesagt hat, schön, verdoppelt, mein Weg, diese ganzen Schlüsselwörter, dann hat er quasi Fenster in diesem Haus eingezeichnet oder Türen. Und wenn du jetzt in einer W-Frage darauf eingehst, dann nimmst du die Einladung an und ihr geht gemeinsam ins Haus hinein. So, das haben wir gerade gemacht. Innerhalb von zwei Fragen wäre ich bei seinem, bei seinem persönlichen Weg gewesen, bei seiner Vision von Smalltalk, bumm, von, na, wie war denn in der letzten Woche und was ist der Weg, den du beschreitest? Da waren wir schon mitten in seinem Haus drin. Die meisten Menschen machen das nicht. Die meisten Menschen stellen ganz viele Fragen, das wird dann zu einem Interviewmodus oder zu einem Verhör, wenn sie es nicht gut können, und dann haben sie vor sich irgendwann ein Haus mit tausend Fenstern und tausend Türen, aber sie haben sich nirgendwo reingewagt und waren überhaupt nicht in der Tiefe, weil sie sich zum Beispiel auch einfach zufrieden geben. So, ich hätte jetzt bei der ersten Frage und wie war denn in der letzten Woche, hätte er das alles geantwortet und dann hätte ich geantwortet, ah, okay, ja, schön, ja. Ja, und hast du schon den Abschlussbericht für die Frau Meier erledigt oder noch nicht? Bumm. So, wir sind kein bisschen weitergekommen. Das heißt, die Frage, die ich gestellt habe, war nur ein Schritt oder ein klein Fußzeh ins kalte Wasser und dann, oh, nee, weiter will ich nicht. Jetzt lass uns das Thema wechseln. Das ist, was die meisten Menschen machen. Sie wechseln das Thema und gehen nicht in die Tiefe. So, das alles erstmal zur Theorie. Okay, darum habt ihr in den meisten Gesprächen auch nicht diese Tiefe, die die Männer bei uns innerhalb von ein paar Minuten oder teilweise eine krasse Verbindung mit einer Frau innerhalb von ein paar Stunden beim ersten Date haben, die die noch nie mit einer Frau hatten. Und das kannst du haben, wenn du weißt, wie es geht. Okay. Und wie du deine Stärken auch für dich nutzen kannst. Warum erzähle ich erstmal diese grobe Grundtheorie? Das erzähle ich, weil ich euch eigentlich nur den Rahmen geben möchte für wie du jetzt, wenn dich jemand fragt, na, wie geht's? Wie du dann darauf antworten kannst, ohne in diese ganzen Fallen reinzutappen. Das heißt, worauf kommt es an, wenn wir in die Tiefe gehen wollen? Wenn wir der Fragende sind, dann wollen wir W-Fragen stellen. Wir wollen etwas über Emotionen oder Werte oder die Persönlichkeit wissen. Okay. Im besten Fall wollen wir natürlich herausfinden, ob derjenige auch die Wahrheit erzählt und nicht einfach nur irgendeinen Schmuh von sich gibt. Und das erfährst du natürlich zwischen den Zeilen und mit Menschenkenntnis und Erfahrung. Aber auch da kannst du auch auf Dinge achten. Zum Beispiel in diesen alten Inseraten, diesen Dating-Inseraten, wie es früher in der Zeitung gab. Kennen 99% hier von den Menschen wahrscheinlich gar nicht. Aber auch bei Tinder und Bamboo siehst du solche Sachen auch manchmal. Beschreib dich. Ich bin spontan, ich reise gerne. So, solche einfachen Floskeln verkraften Das kann doch jeder sagen. Korrekt. Das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Das heißt nicht, ob du wirklich spontan bist. Das heißt nicht, ob du wirklich gerne reist. Das kann alles und nichts heißen. Oder was ja sehr oft auch in diesen Beschreibungen steht, kurzer Rant. Aber ich bin, meine Freunde sagen über mich, ich bin so verrückt. und dann triffst du sie und dann ist sie halt so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Verrückt. Ja, ja. Überhaupt nicht. Offen. Ist eine Floskel. Ist einfach nur, ich bin total anders als die anderen. Auch so ein Satz. Den übrigens nicht nur Frauen sagen, sondern auch viele Kerle. Wir haben viele Männer, die mit uns in der Flirt-je-Bunkaris- Analyse reden, die sagen, du, meine Story ist wirklich ganz besonders. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so einen harten Fall hattet. Und dann erzählt er seine Geschichte und ich sage ihm, du, davon haben wir aktuell zehn Männer im Coaching, dass es nichts Ungewöhnliches. Das ist verständlich. Ja. Okay. Bist du nicht alleine. Das heißt, wie finden wir heraus, ob das Wort, das sie verwenden, auch wirklich ein Teil ihrer Persönlichkeit ist und nicht einfach nur eine Floskel. Und das machst du, indem du Geschichten herausfindest über dieses Wort. Also wenn sie sagt, ich bin spontan. Oh, cool. Wann warst du denn das letzte Mal so richtig spontan? Oder, hm, was war denn das Spontanste, was du jemals getan hast? Oder, was war das Spontanste, was du jemals mit deinem Exfreund gemacht hast? So, wir wollen also konkrete Geschichten kennenlernen, herausfinden, die sie mit diesem Wort assoziiert. Denn ansonsten ist das Wort eine leere Hülle. Ja, wenn wir die einfach nur, oh, eine leere Bohnenhülle, okay, nehme ich, esse ich. Keine Kalorien drin, keine Proteine, ist wertlos. Wenn du aber mit einer W-Frage reingehst in diese Bohne, dann kommst du zum Bohnenfleisch, zum Wirklichen, da wo die Proteine drinstecken, da wo, wo natürlich die Geschichte drinsteckt, zu diesem Wert. Das heißt, wir wollen Geschichten. Nicht einfach nur Worte, Geschichten. Und was hat eine Geschichte so an sich? Eine Geschichte hat einen Anfang, hat einen Mittelteil, hat ein Ende, da entsteht eine Entwicklung. So ist eine Geschichte, die entwickelt sich. Okay. All das, nur mal als angepinnter Disclaimer für, was du darauf antworten solltest, wenn dich jemand fragt, na wie geht's? Oder dir irgendeine Frage stellt, weil wenn du mit jemandem in die Frage, in die Tiefe gehen möchtest, dann solltest du natürlich auch bereit sein, selber auch etwas über dich zu teilen und selber auch in die Tiefe zu gehen und dich zu öffnen, dich verletzlich zu zeigen, etwas über deine Persönlichkeit preiszugeben. Und das machen wir, indem wir uns diese Regeln vor Augen halten und sie einfach rückwärts anwenden. Das heißt, ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen, ich werde jetzt über einen Wert oder eine starke Emotion erzählen und ich werde selber dort die Vorarbeit leisten, dass ich in die Tiefe gehe, dort, wo du eigentlich W-Fragen stellen würdest, wo du mir Warum-Fragen stellen würdest. Das heißt, ich erledige jetzt die ganze Arbeit und öffne die Türen zu meinem Haus und gehe selber rein und lade dich ein, lade dich ein, sodass wir zum Schluss, das ist das Optimal, der Optimalfall, dass wir uns beide dann in unseren gemeinsamen, ich in meinem Schlafzimmer, ich zeige dir in meinem Schlafzimmer den Nachtschrank und zeige dir mein Tagebuch und ich mache das Tagebuch auf mit dem Geheimschlüssel und zeige dir die Seite auf Seite 41, was da draufsteht, was ich sonst niemandem zeige und du machst genau dasselbe, du lädst mich ein in dein Haus und ich nehme diese Einladung an und wir gehen in deine intimsten und persönlichsten Orte deiner Geschichte und deiner Visionen und Träume und deiner Persönlichkeit und deinen Werten und da, mein Lieber, da findet eine echte Verbindung statt. Wir machen das einfach mal, einfach mal spontan auch jetzt for fun, damit du siehst, wie das so abläuft und mal gucken, ob es ein kompletter Fail wird oder nicht, aber wenn es ein Fail ist, dann wird es witzig und wenn nicht, dann hast du einfach den Leitfaden direkt mal in der Praxis statuiert. Jo, Dominik, dann frag mich doch mal irgendwas. Wie war deine letzte Woche so, Andi? Es war eine Woche, in der ich sehr viel reflektieren durfte. Reflektieren über was? Ich habe letzte Woche meinen Geschäftspartner getroffen, den Sven, den ja viele von euch auch kennen, vor allem die Männer, die im Coaching sind und seine Partnerin und die beiden sind total süß zusammen. Die sind noch relativ frisch, also das heißt, die beiden sind jetzt ein gutes Jahr zusammen, anderthalb Jahre und viele der Themen, über die ich mit seiner Partnerin gesprochen habe, haben mich an Ähnlichkeiten erinnert in meiner Beziehung vor acht Jahren, neun Jahren, neuneinhalb Jahren, als ich meine Freundin kennengelernt habe und das war einfach sau schön zu sehen, wie die Ähnlichkeit, die du am Anfang einer Beziehung im besten Falle hast, wie die bei den meisten Menschen voranschreitet und immer weniger wird und wie die bei meiner Freundin und mir eigentlich eher stärker wurde mit der Zeit. und das war ziemlich cool, das zu realisieren. Was bedeutet für dich Ähnlichkeit? Ja, ich habe vor 18 Monaten etwa bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen und habe davor hatten wir die längste Zeit über eine Fernbeziehung und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass ich immer mehr das Bedürfnis hatte nach Sicherheit, nach Stabilität und wir sind zusammengezogen und jetzt wohnen wir seit über einem Jahr zusammen und ich habe gemerkt mit den Monaten, mit der Zeit, dass das, was ich eigentlich mehr wollte, gar nicht Stabilität war, das auch, aber es ist eigentlich ein Wort, was noch viel zutreffender ist und das ist Innigkeit. Und Innigkeit bedeutet dann eigentlich nur noch im verlängerten Wege, das, was wir am Anfang der Beziehung hatten, potenziert mal 10, hoch 10. also alle spannenden abenteuerlichen Momente, die wir am Anfang der Beziehung hatten, dass die Vorfreude aufs Treffen, aufs Sehen, miteinander schreiben und zu hoffen, dass wir uns heute treffen können, wenn wir uns sehen, wie wir uns umarmen, die körperliche Nähe, worüber wir miteinander reden und was wir einander erzählen, dass diese Fortschreitung eigentlich immer intensiver wurde und und das ist, das ist mega schön, das ist mir aufgefallen letzte Woche. So. Wow. Okay. Damit haben wir einfach mal ein Beispiel, das war wie gesagt überhaupt nicht vorher einstudiert oder irgendwas. Ich habe diesen Mann noch nie vorher gesehen. Er hätte ich auch mit Sicherheit irgendwie besser machen können. Kommt immer auf die Frage an, kommt immer auf das Setting an, aber ich glaube, du hast jetzt einfach mal ein Beispiel dafür gehört, was ich gerade gemacht habe. Womit ging es los? Es ging los mit einem Satz. Dominik hat mich gefragt, wie war meine letzte Woche und ich habe gesagt, sie war sehr reflektierend für mich. Was ist das zunächst mal? Im Film nennen wir sowas ein Cliffhanger. Das heißt, da wird Spannung aufgebaut und Interesse für mehr. Musst du nicht immer machen, aber kann man manchmal machen. Wenn der Gedanke kommt, dass du erstmal das, was du beschreiben möchtest, erstmal einen Namen gibst, was interessant klingt, wie reflektierend, cool, dann kannst du das machen. Und danach war das Interesse da für mehr. Und weil ich gemerkt habe, da ist noch mehr Interesse da für mehr, ich habe nicht einfach angefangen, einen Monolog zu halten, sondern ich habe gesehen, dass Dominik Interesse hatte und er hat gesagt, okay, was meinst du mit reflektieren? War das quasi meine Erlaubnis, dass ich auch weiter in die Tiefe gehen darf, dass ich ihn jetzt nicht langweilen werde, weil er Interesse hatte. Und das ist toll, weil wir wollen ja niemandem zur Last fallen, aber wir wollen auch gerne eine tiefe Verbindung. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und dann dürfte ich anfangen zu erzählen. Während dem Erzählen natürlich hältst du Augenkontakt und schaust, ob derjenige interessiert ist oder gerade gelangweilt auf die Uhr schaut, hin und her guckt, so dann kannst du auch jederzeit das Thema abkürzen. Aber im besten Falle hast du jemanden vor dir, mit dem du wirklich klicken und connecten möchtest und dann werden sie das nicht tun. Ja, aber klar, Augenkontakt ist normal, du behältst ihn ja trotzdem bei dir. So, und wie ich dann weiter fortgeschreiten bin, ich habe eine Geschichte erzählt, die ein Anfang und Mittelteil und Ende hatte. Ich habe eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum, über neun Jahre erzählt, ja, wie ich am Anfang etwas gesehen habe, wie ich heute etwas sehe und das Ganze hat dann wieder geendet mit dem Anfangspunkt, mit der Definition von was bedeutet also für mich Innigkeit. So, einfach mal als Beispiel, wie gesagt, da gibt es tausend Wege, das brauchst du jetzt nicht eins zu eins genauso jedes Mal kopieren, da gibt es wirklich tausend Wege, das war nur eins von vielen, aber ich wollte euch einfach mal ein Beispiel geben und wir können jetzt gerne noch ein bisschen über die Fragen sprechen, die aufkommen, ja, aber was geht denn, was sind denn Dinge, die möglicherweise schief gehen könnten oder was sind die Fallstricke, auf die ich achten sollte, wenn ich so in die Tiefe gehen sollte. Oder aber auch, auch ein, ein Gedanke, den ja auch dann wahrscheinlich viele haben, ist, was ist denn, wenn diese Person gerade den Raum betritt und auch alle anderen Gäste von mir aus auf dieser Party begrüßt oder im Pausenraum und einfach auf Floskel mäßig sagt, und wie geht's und sag ich dann das, kau ich ihm dann ein Ohr ab und so weiter, also diese, die, die Angst davor, genau das zu starten. Ja. Genau diese, in die Tiefe zu gehen. Ja. Ja, also, da gibt es eigentlich überhaupt keine Gefahr, dass du etwas Verkehrtes machst, wenn du den Read the Room, sagt man ja im Englischen, also den Raum liest. Das heißt, was ist denn gerade das Szenario? Bin ich, stehe ich gerade in einer Ankettung von Menschen, also stehe ich neben vier anderen Personen und der Mensch kommt rein und begrüßt quasi sowas so per Handschlag den einen, den anderen, den anderen und wieder die andere und wieder die andere? Wenn das der Fall ist, dann wäre das natürlich total egoistisch, jetzt seine eigene Geschichte ewig lang erzählen zu wollen und die anderen komplett zu ignorieren. Offensichtlich. Aber was ist, wenn der Mensch den Raum betritt und er hat davor im Vorraum, im Foyer mit der Frau im Empfang geredet und jetzt mit dem anderen Kollegen, jetzt kommt er ein paar Schritte weiter und kommt zu mir und stellt sich wirklich hin und sagt, na, wie geht's? Und er gibt mir wirklich Augenkontakt. Das ist eine andere Situation. Wenn da niemand anders neben mir steht, dann kannst du in die Tiefe gehen. Aber auch hier, ja, ich fange ja nicht einfach an von Adam und Eva zu erzählen, sondern was ich mir selber erlaube und das darfst du dir wirklich erlauben, ist ein paar Sekunden Pause, bevor du antwortest. Bevor du auf die Frage, na, wie geht's, antwortest, überleg doch einmal, was denn wirklich die Antwort auf diese Frage ist. Ja? Und da kann es sein, dass du drei, vier Sekunden brauchst, um einfach mal ein bisschen in der Gegend rumzuschauen, konzentriert dir die Frage durch den Kopf gehen zu lassen und dann zu sagen, hm, ähm, ich bin im Flow. So geht's mir. Und damit wäre die Antwort auch schon getan. Es muss ja nicht mal weiter gehen als das. Das ist ja auch schon eine tolle Antwort. Wenn er jetzt keine Lust mehr hat, weiter in die Tiefe zu gehen und er hat keine Zeit, dann hast du jetzt ihm nicht die Zeit geklaut. Alles entspannt. Dann sagt er so, uh, Flow, gefällt mir. Also, wir sehen uns später. Ja, Mann, wir sehen uns. Gar kein Problem. Aber wenn er stehen bleiben möchte. Oder eine Aussage, eine Aussage wie, ähm, ach du, erzähl ich dir später. Muss ich dir später erzählen. Das glaubst du nicht. Ist halt auch wieder so ein, so ein Cliffhanger. Das lässt alles offen und es ist, es ist verbindend, es ist, ähm, minimal invasiv, würde man in der Medizin sagen, glaube ich. Und, ähm, ja, es ist genau diese Read-the-Room-Energie, die du dabei hast. Ja, genau. Also, äh, erzähl ich dir später, das ist etwas, was du sagen kannst, wenn ihr zu fünft dasteht, direkt nebeneinander und du hast eine tolle Geschichte zu erzählen. Ja, genau, ja. Ähm, das ist möglich. Das ist eine Möglichkeit. Gibt's noch viele Möglichkeiten, ja. Aber zunächst mal möchte ich, dass du ach, wirklich aufhörst, die Verantwortung für den anderen so weit zu übernehmen, dass du versuchst, Gedanken zu lesen. weil die Wahrheit ist, du weißt nicht, ob du für den anderen störst oder nicht. Du weißt nicht, ob derjenige in die Tiefe gehen möchte oder nicht. Wenn du davon ausgehst, dass du alle anderen störst, wenn du etwas über dich erzählst, dann wirst du es nie herausfinden, wie sie darauf reagieren werden, wenn du einfach mal es wagst. Weil du wirst es nie wagen. Du gehst davon aus, oh, ich störe alle anderen, die wollen nichts über mich wissen. A, kann das gar nicht sein, dass das immer der Fall ist. Das heißt, da lebst du schon mal einfach in einem negativen Szenario, was nicht der Wahrheit entspricht. Und B, was wäre denn eigentlich, was würde passieren, wenn du davon ausgehst, dass alle sich für dich interessieren? Wärst du dann interessanter für alle? Wärst du dann beliebter? Wärst du vielleicht mehr der Mann, der du sein möchtest? Ein Mann, der geliebt wird und der mit den Menschen, mit denen er auch viel unternehmen möchte, auch akzeptiert wird, geliebt wird? Vielleicht ist das das Szenario, vor dem du Angst hast. Aber wie behandeln wir die Angst, mein Lieber? So wie die meisten Ängste. Wir stellen uns dieser Angst in kleinen Schritten. Es ist dasselbe, wie wenn du Angst vor Schlangen hast, dann wirst du auch nicht einfach so in den Raum betreten und jemand wirft dir eine Anaconda ins Gesicht. So kann man keine Angst bearbeiten. Aber, was ist, wenn du einen Raum betrittst und jemand sagt dir, ich habe hier ein Buch und in diesem Buch ist ein Bild von einer Schlange. Und dann überlässt das dir, ob du einen Schritt auf ihn zumachst. Du sagst, okay, du gehst ein paar Schritte zu, ja, dann stehst du vielleicht einen Meter vor ihm und sagst, dann schlag mal die Seite auf. Dann schlägt er die Seite auf. Du schaust da rein. Okay, passt. So nähern wir uns dem, was uns Angst macht und es wird uns Stück für Stück weniger Angst machen. Das ist Therapie. Also das kann auch Monate dauern. Das kann auch Jahre dauern in manchen Fällen, je nachdem, wie stark diese Angst wirklich ist. Geht auch schneller. Also gibt es unterschiedliche auch Möglichkeiten, Techniken. Gibt es auch Fast Phobia Cures. Ich weiß, Dominik, du wendest sowas auch gerne an. Der Punkt der Sache ist nicht, wie du die Angst bekämpfst. Der Punkt ist, dass wir gar keinen Grund haben, von 0 auf 100 reinzupreschen. Wir können uns da komplett entspannt an dieses Thema heransetzen. Und zwar, indem wir einfach ein bisschen von uns teilen. Ja? Indem du einfach anfängst, ein bisschen von dir zu teilen. Indem du dir selber gönnst, mal drei Sekunden Pause zu machen, vier Sekunden und einfach über die Frage nachdenkst, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Du kurz da überlegst, innehältst und dann in ein, zwei Sätzen eine Antwort gibst. Und wenn derjenige dann noch mehr erfahren möchte, dann kann er nachfragen und das war dann ein Zeichen von Interesse seinerseits oder ihrerseits und dann kannst du noch mehr erzählen. Ja? Wir müssen wirklich aufhören zu versuchen, Gedanken lesen zu wollen. Ich sehe das so häufig, auch bei Männern, bei uns in der Flirtmasterclass, wenn sie mit einer Frau sich zweimal getroffen haben und das ist ja toll. Die Männer, die hatten vorher überhaupt keine Dates, hatten überhaupt keine Erfahrungen mit Frauen und jetzt fangen an, Frauen sie mehr wahrzunehmen. Sie fangen an, das Gefühl zu haben, wow, irgendwie werde ich ja anscheinend gemocht und wahrgenommen von Frauen und Frauen wollen mich treffen und dann gehen sie auf Treffen mit Frauen und manchmal ist da auch schon die Richtige direkt mit dabei und manchmal musst du einfach ein paar Frauen kennenlernen, bevor du die Richtige kennenlernst. Ganz normal. Genauso wie auch nicht, wenn du ein Bewerbungsgespräch für einen Job hast, das erste Bewerbungsgespräch direkt der Traumjob ist, sondern manchmal hast du mehrere Bewerbungsgespräche bevor dann der Traumjob da ist. So, das heißt, die Männer gehen jetzt auf Dates, mega geil, zum ersten Mal seit langem und dann ist da eine Frau dabei, wo sie merken, ah, ich weiß nicht, ob ich hier weiter gehen soll, weil sie hegt anscheinend ganz, ganz starke Gefühle für mich. Ich sollte das Ganze beenden. Und sie fangen an, Gedanken zu lesen. Sie haben gar keine Ahnung, ob die Frau das so sieht oder nicht, ob die Frau wirklich so starke Gefühle hat oder nicht. Sie fangen an, Gedanken zu lesen und handeln dann dementsprechend, wie sie annehmen, wie die Welt aussieht. Sie machen Annahmen, die halt verkehrt sein könnten und beenden dann zum Beispiel etwas, obwohl die Frau total locker mit ihm war und da überhaupt keine Probleme mit ihm hatte und sich noch nicht verliebt hatte oder sonst was. Es kann auch sein, dass es genau andersrum war, dass ein Kerl davon ausgeht, und dass die Frau kein Interesse an ihm hat und deswegen ihm nicht schreibt. Ich denke da zum Beispiel, im Coaching, da haben wir zum Beispiel ständig, kann jemand auf mich zukommen und mir sagen, hey, ich habe diese, ich habe die Challenge gemacht, ich habe eine Frau kennengelernt, hier ist der Chatverlauf, was denkst du über die Sache? Und dann zeigt mir dieser eine Klient etwas und sagt, boah, ich habe es hier wahrscheinlich total verkackt bei ihr. Ich werde nicht mehr weiterschreiben, das ist ja feindlich. Ich denke mir, ganz objektiv, sie hat Interesse. Es ist ganz klar, dass sie Interesse hat. Hier sind die Beweise. Aber er geht von dem schlimmsten Szenario aus und wollte schon das Gespräch beenden mit ihr. Aus Angst, weil er versucht hat, Gedanken zu lesen. Also bitte Jungs, hört auf Gedanken zu lesen, Annahmen sind nicht hilfreich. Lieber herausfinden, lieber in die Tiefe gehen, lieber einen Schritt weiter wagen und gucken, ob du falsch liegst, falsch liegst mit der Annahme. So, das war ein Szenario. Hatten wir noch ein potenzielles Szenario, Dominik? Wir wollten auf jeden Fall noch über Simon sprechen, aber bevor wir das tun, lass uns gerade mal die Situation, die Chance nutzen, weil wenn jetzt diese Folge rauskommt, am kommenden Sonntag haben wir wieder unser Live-Coaching und da gibt es die Möglichkeit, dass die Männer dich das auch einfach direkt fragen. Das ist kostenlos. Das haben wir einmal im Monat. Frag dich da unten ein. Wir haben den Link in der Box. Ist auch ganz leicht zu merken, wenn du gerade die Folge hörst oder sowas und aus irgendeinem Grund die Box nicht finden solltest. das ist andyfriday.de andy mit y, alles zusammengeschrieben, andyfriday.de slash ne, slash Liste, Dominik? Ist das das? Ist doch nicht so leicht zu merken, ne? Ne, Liste ist für unsere FMC Live, das ist was anderes. Auf gar keinen Fall geh auf Liste. Da kannst du auch drauf gehen. Da hast du recht. Ne, ähm. Okay, dann ist der Link in der Beschreibung. Wir werden dich doch nicht merken. Das ist der Link in der Beschreibung, genau. Genau, aber das nutzen wir die Situation gerade, weil das ist immer sehr beliebt und die Männer rennen uns die Hütte ein, um entsprechend genau dann diese Fragen zu stellen. Das heißt, komm pünktlich, sei dabei, ist kostenlos, wir nehmen uns Zeit für dich, um genau diese Fragen, deine Fragen zu Frauen, zu deinem Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein zu beantworten. Genau. Und nach diesem kurzen Werbebreak, weil wir unsere eigenen Werbepartner sind, lass uns doch mal gerade über Simons Geschichte, die du vor 20 Minuten mal angeteast hast. Ja, das ist richtig krass. Ja, wir, wir, ähm, ich wurde vor kurzem interviewt von einem Magazin, ähm, und, äh, der Artikel wird noch erscheinen, solange will ich noch gar nicht sagen, wer das war. Ähm, und die haben mich gefragt von, von, von ein paar Erfolgsstories, von, von, äh, von Geschichten, die die Männer so erlebt haben. Und da habe ich mich erinnert an Simon. Und, äh, das ist eine mega krasse Geschichte, Jungs. Weil das Ganze hat sich, äh, zugetragen, während den ganzen Lockdowns. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, also vor, vor drei Jahren, vor zwei, drei Jahren, ähm, haben wir unser Programm natürlich, äh, weitergefahren, ja, und, und auch extrem erfolgreich. Superviele Männer haben dort ihre Freundin kennengelernt, in dieser Zeit. Und einer dieser Männer hat, äh, Und hat mehr Dates als vor den Lockdowns. Ja, ja, richtig, richtig. Es ist, es ist, ja, es ist, ja, es ist nicht, nicht verwunderlich, aber natürlich krass. So, äh, und zwar hat der Simon Folgendes gemacht. Wir haben nämlich im Rahmen von einem unserer Angebote, äh, in der Flirtmasterclass haben wir, einfach um im Gesprächsfluss zu bleiben, um flirten zu können, haben wir Hotlines angerufen, Service-Hotlines, ja, einfach, keine Ahnung, Telekom, äh, VW, was auch immer. Und, äh, einfach mal gefragt, na, hey, wie geht's heute? Weil, alle waren zu Hause, alle, äh, alle hatten, hatten, hatten diese, diese soziale Isolation gefühlt, und, also wirklich alle Menschen, meine ich. Und deswegen, äh, haben wir uns gedacht, wir tun einfach was Gutes, und, und fragen die Menschen, wie es ihnen geht. Ja, die, der Frust ist bestimmt hoch, Leute sind vielleicht gereizt, wenn du bei so einer Service-Hotline anrufst, die Leute haben jeden Tag mit Dutzenden von Leuten zu tun, die einfach nur mies drauf sind, und sich nur beschweren wollen. Wir rufen da einfach mal an, und sagen ihnen, hey, wie geht's dir? Und überraschen sie einfach mal mit Interesse für sie, ne? Sie können natürlich jederzeit auflegen, wenn sie das möchten, aber wir zeigen einfach mal Interesse und tun eine gute Tat. Und das haben wir gemacht, und daraus sind etliche coole Unterhaltungen, witzige Flirts entstanden, äh, Frauen, die dort an der anderen Leitung das total krass fanden und total buff waren, die so, wie, also du, du hast gar kein Anliegen? Also, womit kann ich dir denn helfen? Tu, du kannst mir helfen, indem, äh, du mir einen Witz erzählst. Und die Menschen, die waren einfach so cool drauf, die fanden das so toll, dass, äh, dass da ganz viele schöne Unterhaltungen und Flirts bei entstanden sind. Unter anderem folgendes. Denn eine Frau, mit der Simon dort gesprochen hat, ähm, die Unterhaltung, die ging, die ging wirklich lange. Und, ähm, die beiden haben sich prächtig verstanden, äh, sie hat gesagt, dass sie, äh, bald umzieht, und das wird dann, wird dann nochmal eine andere Stadt sein, sie weiß doch nicht wohin, und er hat ihr alles Gute gewünscht. Und am Ende des, der Unterhaltung, haben sie sich voneinander verabschiedet und haben gelacht. Und das war's erstmal. So, wie viele Unterhaltungen ablaufen, wie viele Flirts ablaufen dürfen, du brauchst kein Ergebnis zu erwarten. Du darfst einfach mal etwas Positives in die Welt setzen, einen schönen Flirt, eine schöne Unterhaltung, ohne dass das unbedingt irgendwas für dich bei Raum, bei Rausspringen muss, oder bei ihr. Das ist unsere Philosophie, ja. Verehrung plus Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Das ist wirkliche Anziehung. Und damit schreibst du schöne Geschichten, die du auch ein Leben lang deinen Freunden und deiner zukünftigen Partnerin und deinen Kindern erzählen kannst. Und das hat er gemacht. Was ist dann ein paar Wochen später passiert? Stand an der Ampel und hat, weil er das auch so macht, mit den Leuten geredet, die in seiner Umgebung sind, hat ein bisschen gequatscht. Und dann hat er da das Gespräch begonnen mit der Frau, die da an der Ampel stand. Hi gesagt, sie hat Hallo zurückgesagt, sie hat ein bisschen geredet, und je mehr sie geredet hat, desto mehr musste er nachdenken. Irgendwoher kenne ich diese Stimme. Und dann hat er sie irgendwann gefragt, bist du die Angela? Sie so, was? Wir haben uns unterhalten vor ein paar Wochen. Und sie hat die Augen riesenweit aufgezogen. Simon? Ja. Krass. Wie kommt's? Und er hat gesagt, ja, ich bin gerade hierher gezogen. Ich hab den Job gewechselt und bin jetzt hier. Ich glaub, es war München oder so. Und dann haben die beiden sich unterhalten, haben sich verabredet, haben sich getroffen und daraus ist eine Liebesgeschichte geworden. Mega heftig. Was es alles erschaffen kann, wenn du einfach ein bisschen mehr Flirt und Wohlwollen in deine Unterhaltungen mit reinbringst und dabei mutig bist, einen Schritt mehr zu wagen, als es andere tun. Mann, es ist richtig krass. Und solche Geschichten hatten wir mehrere. Jetzt nicht so krass wie bei seiner, aber mehrere. Wir hatten einen, der hat während dieser Zeit auch durch solche Telefonanrufe die Frau wieder kontaktiert, mit der er als 5, 6, 7-Jähriger oder sowas damals viel gespielt hatte und die haben sich aus den Augen verloren und er fand das damals total schade, weil er sie damals so gemocht hat und er hat daran gedacht und dann hat er irgendwie die Nummer wieder rausgekramt, hat es wieder angerufen und bumm, jetzt haben die beiden zwei Kinder. Richtig heftig. Also haben sich über 30 Jahre nicht gesehen und dann einfach wieder angerufen und geflirtet und bumm. Und derselbe Mann hatte ja jahrelang Schwierigkeiten, weil er es einfach nicht geschafft hat, mit einer Frau zu schlafen. Menschen anzusprechen generell. Ja, ja, das ist richtig. Der war ja zehn Jahre lang einsam. Hängt auch hinter mir. Hatte Probleme, Grenzen zu setzen, auch im Job, war dann immer so der Fußabtreter für seine Kollegen, für den Boss, hat dann immer ganz viel noch mehr Arbeit auf seinen Schreibtisch bekommen und hat halt nie Nein sagen können. Das hat sich natürlich auch in seinem Privatleben wiedergespiegelt. Und dann passiert halt so was und dann fallen halt die Puzzleteile zusammen und dann ist er einfach genau dieser selbstbewusste Mann, der schon ewig in ihm gesteckt hat und dann kommen halt solche schönen Geschichten dabei rum. Ich habe das Bild mal runtergerollt für die Männer, die die Podcast-Folge auf YouTube sehen. Das sind die beiden. Ah, scheint gerade sehr, aber das sind die beiden. Süß, oder? Jawohl. Ich hänge das dann später wieder auf. Das braucht eine Weile, jetzt wieder aufzuhängen. So. Ja, mein Lieber, coole Stories, die du auch schreiben kannst. Das ist doch das Geile, wenn du anfängst, die Philosophie zu leben, dass es nicht mehr darum geht, ein Ergebnis zu erwarten, dass du nicht mehr versuchst, Fehler aus dem Weg zu gehen. Das ist alles ziemlich kurz gesehen. Wenn du diese Kurzsichtigkeit überwindest und sagst, hey, es geht nicht um diesen einen Augenblick jetzt. Es ist völlig egal, ob ich jetzt gerade hier auf die Schnauze falle, ob es peinlich wird, ob ich hier einen Fehler mache, ob sie mich nicht mag, ob sie mir einen Korb gibt oder ob ich herausfinde, dass sie schon längst mit jemandem glücklich vergeben ist. Was auch immer. Es geht nicht um diesen einen kurzen Augenblick gerade, sondern es geht um meine Lebensgeschichte. Es geht um das Buch meines Lebens, was ich hier schreiben möchte. Und dieses Buch, dieser Film, der soll gefüllt sein von wunderschönen Geschichten, von Kapiteln, an die ich gerne zurückdenke, wenn ich die aufblättere, dass ich denke so, wow, das ist aber eine spannende Geschichte. Und dann habe ich mich das getraut und dann ist das passiert. Und dieser verrückte Zufall ist auch passiert. Und dann habe ich sie an der Ampel dort gesehen und dann habe ich ihre Stimme erkannt. Krasse Story. Das sind doch die Geschichten, die du gerne erleben möchtest, die du gerne in deinem Buch des Lebens schreiben willst, in die du dich zurückerinnern möchtest und wenn irgendwann das Leben vorbei ist, wo du dann mit einem Lächeln im Gesicht von dann ziehen kannst, weil das dein Leben erfüllt hat. Und nicht wie die meisten Menschen, die in all diesen Momenten gesagt haben, nee, lieber nicht, ich könnte ja einen Fehler machen. Nein, mein Lieber, lass uns die lange Vision haben. Schreib eine schöne Geschichte. Wenn du eine schöne Geschichte schreibst, dann ist es egal, welches eminente, also direkte Resultat dabei herauskommt. Es ist irrelevant. Das langfristige Resultat zählt. Das langfristige Resultat, wenn ich anfange, mehr zu flirten, leichtherziger zu sein, an Menschen in Kontakt zu kommen, zu wissen, wie Anziehung funktioniert, zu wissen, wie diese soziale Dynamik zwischen jemandem, der jemanden mag und jemandem, der ihn noch nicht kennt, entsteht, sodass beide aufeinander stehen. Wie du das bewirken kannst, mein Lieber, das ist, indem du diese Geschichte schreiben möchtest, diese Geschichte deines Lebens. Deswegen sagen wir auch immer wieder, es geht hier nicht darum, dass du ein paar Tipps bekommst, um dann einfach nur diesen einen Tipp, damit eine Sache endlich funktioniert bei der einen Frau, weil das wird nicht funktionieren, weil die Grundprämisse noch nicht steht. Die Grundprämisse, emotionale Abhängigkeit in 99% der Fälle. Emotionale Abhängigkeit, du willst unbedingt dieses eine Ergebnis haben und du kannst nicht damit leben, wenn es ein anderes Ergebnis kommt. Und deswegen sitzt du zu Hause und bist total angespannt, weil sie immer noch nicht geantwortet hat und du weißt nicht, was du dann sagen sollst, wenn sie antwortet. Deswegen blockierst du total, wenn du sie siehst und du weißt nicht, wie du einen Schritt vorgehen sollst, um irgendwie das Gespräch interessant zu gestalten. Das ist diese emotionale Abhängigkeit. All diese Momente, wenn du an deine Ex die ganze Zeit denken musst und du denkst, ich werde niemals wieder jemanden finden, der so toll ist wie sie. Dann ist das emotionale Abhängigkeit. Denn die Wahrheit ist, du hast so viel mehr zu bieten und die Welt hat dir auch so viel mehr zu bieten, wenn du anfängst, tolle Geschichten zu schreiben, schöne Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrungen schön zu gestalten, mein Lieber. Dann wirst du richtig belohnt werden, so wie er belohnt wurde oder wie der Simon belohnt wurde oder all die Männer, die du hier hinter mir siehst. Und wenn du auch belohnt werden möchtest, dann komm zu uns, mein Lieber. Dann lass uns einfach mal miteinander quatschen. www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse, wo wir uns deinen Flirt-Typ einmal ganz genau anschauen, wie du auf Frauen wirkst, wo dein Charisma-Potenzial liegt, das heißt, wo auch die Dinge liegen, die du jetzt schon machst, die schon attraktiv sind und wie du sie natürlich in deiner Vergangenheit und in deiner Zukunft so anwenden kannst, dass du ganz entspannt die Frauen kennenlernst, auf die du wirklich stehst und nicht die Frauen, an denen du kein Interesse hast. Ja, mein Lieber. Haben wir noch was? Dominik? Wir haben wieder einen Brief bekommen vom Verkehrsministerium mit dem Hinweis darauf, dass ganz besonders heute vorsichtig gefahren werden sollte. Glatteis? Glatteis auf den Straßen? Glatte Reifen. Glatte Reifen überall auf den Straßen. Mann, die glatte Reifen-Epidemie, die hat jetzt auch Deutschland endlich erreicht. Also Männer, bitte tut uns und euch und eurer zukünftigen Frau und euren Kids, ob sie schon da sind oder noch nicht einen Riesengefallen und denkt auch hier an The Big Picture, also an das große Langzeitziel. Du darfst in dieser Welt noch lange sehr viel Freude verbreiten und ein Geschenk für Frauen sein. Also war vorsichtig. 31 33 43 43 43 44 44 48 45